Endlich dürfen wir nach zweijähriger Zwangspause wieder unseren Beruf als Marktfahrer ausüben. Die Märkte sind außergewöhnlich, weil da kriegt man Sachen, was man das ganze Jahr sonst nicht kriegt. Unsere Highlights sind natürlich die Schaumrennzeit je und je, Früchte, Spiesse und auch Zuckerwatte. Am meisten taugt's mir, wenn die Kinder in die Zuckerwatte reinbeißen und strahlen. Diesen Servicetipp widmet Ihnen die WKO Oberösterreich, der Markthandel.